Hi Leute hier auf YouTube Hallo Funkamateure, Hallo Funkamateure aus Thüringen und den Rest hier mal ein kleiner Überblick der neuen Motorola Geräte die für DB0MG in Einsatz kommen werden und zwar der Motorola GM 360 die ich eben programmiert habe hier im Hotel in Nähe von Salzburg zu sehen leider nur wegen einem Stromkabel das Unterbandgerät da es programmiert 431 050 Megahertz im Unterband und 438 650 Megahertz im Oberband welches gerade nicht eingeschaltet ist da leider kein Stromkabel da ist programmiert habe ich die einmal als normal offen und einmal mit Pilotton oder CD-CSS welches mit 123 Hertz angesprochen werden kann damit es die Raussprache aufgeht einfach kein Pilotton bzw. kein 1750 Tonruf nutzen zu müssen desweiteren habe ich mir ja noch mal als Reserve das Oberband einprogrammiert und natürlich das ganz normale Rallye Oberband Unterband wie man es als Rallye nutzen kann vom normalen Funkgerät aus das weiter die ganzen malen Rallye Ablagen bzw. Rallye Frequenzen nochmal zum Test die das Rallye der Wasserkuppe geht natürlich auf ich habe hier nur gesagt einen kleinen Testaufbau mein Funkkoffer meine Portabel Selbstbau Antenne und hier gibt es auch noch D-Bing und Rezept wenn mich nicht alles täuscht hier sind auch Träger gesteuert also kann man es auch ohne Tonruf auftasten bräuchte ich hier nicht wenn ich einfach die 1750 Mikrofon dann geht das genauso auch ok bald wird es neue Bilder und Videos geben auf www.xray37.de wo das ganze Rallye mit dem neuen Motorola Geräten vorgestellt wird bzw. bebildet ist wie eingebaut und wie alles funktioniert ok bis dahin danke fürs zuschauen bis bald euer DJ1J hier auf youtube